Hey, pst! Wussten Sie schon? Die ganze Corona-Krise ist in Wahrheit eine Erfindung von der Hefelobby. Und ich weiß noch mehr, wenn man die Buchstaben von dem Namen Angela Merkel gegen andere austauscht, dann ergeben Sie das Wort Rührkuchen. Merken Sie was? Ja, es wird noch schlimmer. Die Mondlandung gab es nie. Und Bielefeld auch nicht. Und das Zirkuspferd ist in Wahrheit einfach nur eine Handpuppe. Und dieser Vivaldi, der hat... Hey, 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 machen Sie das hier weg, komm! Also wirklich. Also ich bin ja wirklich sehr tolerant, ja? Aber eins möchte ich hier wirklich nicht haben. Irgendwelche Verschwörungstheoretiker. Okay.